Es ist soweit. Wipex hat mal wieder eine große Fresse heute gehabt. Und jetzt werde ich dir wirklich den Arsch aufreißen in Bad Wars, okay? Wipex, du wirst jetzt richtig geklatscht. Ganz kurze Information für euch, ich bin gerade gemutet. Ich werde ihn heute richtig hart trollen, deswegen passt gut auf, wir werden ihn richtig verarschen. Das wird lustig. Und ich würde sagen, wir legen los, oder? Gehen wir am besten zur Tafel wieder. Oh nein, wir haben ja jetzt eine Party sogar diesmal. Dann würde ich sagen, ich join auch mal eine Runde, ja? Hast du gerade gelaggt? Kann sein, ja. Ja, wir lassen uns mal kurz hier in Beach gehen. Okay. So. Und mach mal am besten an, du darfst dir auch aussuchen, ob wir mit Gold spielen oder ohne Wipex. Heute bin ich mal ein bisschen netter zu dir, weißt du? Du hast es auch mal verdient. Wieso bist du denn so nett? Okay, alles klar. Machen wir mit oder ohne Gold? Ja, dann machen wir ohne Gold und ich gebe blau. Das ist gut. Super, okay, alles klar. Dann fangen wir doch mal an. An, nick dich noch eben bitte, ja? Und? Ja, ja. Los geht's. Ich werde direkt zu dir rüberwaschen. Du bist richtig passiert. Langst, dass du jemand anders spielst, oder so, dass ich irgendwie einen Bad Wars Profi da so geholt habe, der dann gegen dich spielt, oder was? Also glaubst du dir denn schon wieder, ich will dich verarschen, hä? Von der kommt das denn immer? Hä? Ach, vergiss es. Ich habe gesagt, dass ich dich verarsche dann, aber egal. Du, ach so, hä? Wieso würdest du mich verarschen? Ja, weil du gesagt hast, ich soll mich anlegen, ob du Angst hast, dass ich einen Profi rangeholt habe und der jetzt gegen dich spielt und ich nur so tue. Was redest du? Ach, egal. Du hast halt einfach keine Ahnung vom Game. Okay, ich bin jetzt in der Mitte. Hm, ich auch. Du hast nicht mehr was gebaut da vorne. Doch, doch, ich habe was gebaut. Du hast gar nichts gebaut, ich sehe das doch. Du hast gar nichts gebaut. Wird das jetzt irgendeine neue Taktik, oder? Also seitdem wir das letzte Mal gespielt haben, hast du jetzt Taktiken rausgesucht, oder was? Ja, das habe ich gemacht. Du bist so ein Schwitzer. Jedes Mal, wenn man ihn irgendwo drin schlägt oder so, dann kommt der an und trainiert drei Wochen lang und dann sagt er, hm, ja, jetzt lass noch mal spielen. Wollen wir jetzt Gold? Du bist immer noch da hinten. Alter, du holst dir ernsthaft das Gold, Alter? Hä? Spielst du jetzt mit Gold, Wildpacks? Du weißt aber schon, was der Goldspieler sagt, oder? Du hast es doch aktiviert, ich habe gesagt, wir deaktivieren es, ich habe es auch deaktiviert, aber du hast es wieder aktiviert. Was machst du denn jetzt die ganze Zeit? Komm, Wildpacks, ich komme zu dir. Wo ist mein Dings, hä? Was kann man sich denn hier überhaupt mit Gold kaufen? Was soll ich denn? Kommst du jetzt wirklich drüber? Ich komme zu dir, ja. Hä, was? Lol. Bist du einfach gestorben? Lol. Ich habe jetzt das ganze Gold, Alter. Was war das denn jetzt nur ein Bug, Mann? Oh mein Gott, ich habe jetzt einfach das ganze Gold, Wildpacks. Also, ob du so schnell in der Mitte bist. Doch, Mann. Wie, du, lol. Als wäre du gerade Gold geholt und hast und dann gestorben bist. Wie schlecht bist du denn? Also, ob du hier ein Dinges reingebaut hast. Ach, komm, vergiss das. Du hast doch immer noch keinen Weg. Hi. Doch. Kann man sich Enderperlen kaufen? Aber du brauchst auch Enderperlen für, du brauchst auch Gold überhaupt für Enderperlen. Man kann sich Enderperlen holen. Außerdem habe ich einen Weg. Was redest du überhaupt? Wo denn? Siehst du den Weg etwa gar nicht? Oh, jetzt, wenn das jetzt klappt, wenn das jetzt klappt, boah, wechseln, habe ich dich. Dann bist du tot. Oh mein Gott, das wäre so nice. Guck jetzt, ob es Enderperlen gibt. Ich hole mir jetzt neues Gold. Es gibt Enderperlen. Das ist wieder Gold. Ey, was? Verdammt, fast. Als ob du mich jetzt von da hinten... Oh mein Gott, wieso schießt du mich denn von da hinten ab? Dafür brauchst du doch auch Gold. Woher hast du das Gold? Hey, ich bin doch rübergebaut. Bist du blind, oder was? Ich habe doch einen Weg rübergebaut. Du bist nicht rübergebaut. Natürlich bin ich rübergebaut, Ypex. Abge, ich mache dir einen Screenshot davon. Bist du ein bisschen blöd, oder was? Ich glaube, du bist einfach farbenblind. Das ist ein roter Weg. Und ich habe dich gerade so easy abgeschossen. Lol. Warte mal. Der Hit kam von rechts. Als wenn du mich nicht siehst auf der Insel. Abge. Als wenn du mich nicht siehst. Abge, der Hit kam von rechts. Als wenn du mich nicht siehst, Mann. Du hast mal jetzt hier einen Weg. Also, das kann wirklich ein Bug sein, aber du hast mich gerade von rechts gehittet. Oh mein Gott. Ich habe dich so erwischt. Abge, wo bist du? Das ist doch... Das ist nicht gerade den Ernst. Hä, dass du mich nicht siehst. Das ist nicht real. Das ist so krass, Alter. Abge, wenn das jetzt wirklich ein Mindsucht-Bug ist, dass du unsichtbar bist oder so, dann versuch mal bitte dich zu vanischen und zu entvanischen oder so. Als wenn du mich die ganze Zeit nicht siehst, Mann. Ja, jetzt sehe ich dich. Ja, jetzt sehe ich dich. Ja, komm doch. Jetzt werde ich dich wieder wegknallen. Aber du hast mich vorhin von rechts hier gehittet. Ich habe so geschossen, Ypex. Nein, der Hit kam von da. Nein, du erzählst mir... Ich habe dich doch von hier getroffen. Ich bin doch nicht blöd. Komm doch her. Ich glaube, du hast einfach keine Ahnung von dem Spiel. Ich kriege dich schon auf, Ypex. Oh, erwischt. Erwischt. Hm. Was mache ich jetzt gegen dich? Das ist halt ein Bogen, woher auch immer du den hast. Ey, wieso... Oh mein Gott! Wie kannst du mich denn vor allem sehen? Ich sehe dich nicht mal. Ich habe dich... Ich habe dich... Lol, war das ein krasser Hit. Ich habe dich gerade auf so eine harte Entfernung getroffen. Hey, siehst du mich nicht in der Mitte? Bist du blöd? Ja, wo bist du? Als wenn du mich in der Mitte siehst, Mann. Nein, du bist nicht in der Mitte. LOL. Okay, nein. Du warst nicht in der Mitte. Doch, ich stand doch hinter dem Baum hier. Als wenn du mich die ganze Zeit nicht siehst, Mann. Okay. Ich glaube, du sollst mal gucken, ob du mich ein Bug hast. Ich bin doch die ganze Zeit hier bei den Baum, Y-Packs. Da warst du gerade nicht. Doch. Ich bin hier die ganze Zeit schon. Guck, der erwischt. Mann, jetzt hör doch auf mit deinem scheiß Bogen. Der Bogen ist einfach zu gut. Kommst du jetzt einfach zu mir rüber gesprintet, oder was? Ja. Meinst du, das ist eine gute Strategie? Hä? Wieso ging der Sprung denn jetzt nicht? Wieso ging dieser Sprung denn jetzt nicht? Abge? Ja? Ich wollte gerade springen zu deiner Base. Und dieser Sprung ging einfach nicht. Ich durfte ihn jetzt nochmal, wenn er nochmal nicht wird. Jetzt kommst du schon wieder. Jetzt erwisch dich aber. Aber das war knapp. Das war auch knapp. Warte mal. Leute, was ist das denn hier? Warte mal. Abge? Man kann sich keine Barrieren kaufen. Was sind das hier für Barrieren? Ja, die kann man kaufen mit Gold. Ich hab die gerade geholt, Mann. Die sind übel gut, die Barrieren. Ich gucke gerade in den Villager. Wo denn? In welchem Fach? Hey, die hab ich hier in dem Menü gefunden hier. Weil ich geb dir mal den Block. Digga, du fliegst. Hier, da hab ich den Fliegen gefunden. Da kann man das machen. Hier, nimm mal den Block. Rollmenü. Also, Leute, dass auch man mit dem Trollmenü einfach selber auch trollen kann, Leute. Doch, doch, doch. Den kann man sich holen für 5 Gold. DPA All. DPA All funktioniert aber nicht. Hack-Message? Achso. Digga, du... Ach komm. Vergiss es. Raffst du das überhaupt jetzt? Ja, ich hab's gerafft. Aber ich will mich einfach nicht aufregen, weil ich... Du bist einfach ein Penner. Warum? Ich krege mich einfach nicht darüber auf. Das war... Das ist doch ein super Seeky. Weil du immer... Weil du immer nur beatest. Du kannst nicht ein Spiel... Ohne viel vernünftig mal gewinnen. Wann hast du's denn gemerkt, Ypex? Dass der Sprung hier nicht ging. Und du dir packen nochmal Barrieren sind. Zeig mir mal, welcher Sprung nicht ging, bitte. Oh, ich hab gewonnen. Super, Freunde. Dann wissen wir, wer heute der Bessere war in dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß hierbei. Willst du noch irgendwas sagen, Ypex? Hatte sehr viel Spaß, ja. Ich war der beste Teil meines Lebens. War gar keine Zeitverschwendung. Er ist voll angepisst. Was hab ich hier für einen Skin grad bekommen? Der ist ja vollkommen seltsam. Äh, okay. Ja, ich freue mich mal, wie viel Spaß hat das. Der ist genau für dich gemacht. Freunde, wenn ihr Bock habt, dass ich nochmal normal gegen Ypex zocke, ne? Also dann schreibt's bitte in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Der wollte, dass ich weitere 10 Minuten meines Lebens verspende und abgewiedert troll. Jetzt seid auch nicht so angepisst, Ypex. Ein bisschen Trolling. Du kannst mich ja auch bald mal trollen, ja? Kannst du auch mal machen. Das ist... Ja, ach komm, wie denn? Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Und tschüss.